Hau ab Junge, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, Junge, Junge, hau ab, 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 oh Gott, ich hatte nämlich keine Lust, ich hab nicht gesprungen, ich bin nicht gesprungen, was für ein Idiot bin ich eigentlich? So hallo zu einer neuen Folge, äh was heißt zur ersten Folge wieder von ein paar Minispielen, äh heute spielen wir mal ähm das Spiel Jump Down, ach ich kann schon anfangen, das ist toll, ähm ich spring mal hier hin, falls ihr einer das nicht kennt, ähm es geht darum, weil erstes da nach ganz unten kommt, also da ganz halt und nach ganz unten, wir spielen auf der Map äh Super Mario und ähm es gibt hier halt was zu essen, damit man halt die ganze Zeit dragon kann, könnte man wahrscheinlich auch mit einem plug-in machen, man kann hier auch weg, hau ab Junge, ich tu dir nichts Haa, genau das meinte ich, ah man 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 jung 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 jung, alles klar ich bin immerhin letzter, hier läuft bei mir ähm 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 ich bin hier gerade dabei am runter, ach Gott unter zu jumpen mit speed weil ich bin ich bin da rechts laser guck ich hab meinen namen geändert was geht jetzt hier mit dem neuen mit dem ab wort gg alter aus dem gg alter ach du scheiße das ging jetzt mal richtig schnell okay jetzt kommen schlangen er ist mir egal was kommt also wir sind jetzt hier wieder auf dem app schlangen was heißt wieder wir sind jetzt auf dem app schlangen stand da zumindest ich hoffe das stimmt jetzt wenn ich dann hält mich nein tut nicht aber gut du wolltest ein böses tut zu wo bist du hin wenn du ein runter wirst dann werfe ich dich auch und da jungchen ich kann ich runter werfen ja war klar weil er ja ja auch das gibt es nicht okay wo ist der alter herrschung da bei 160 bei 100 blöcken jetzt 160 160 ist oben schaffe ich nichts schaffe ich nicht schaffe ich nicht auch mann was soll das denn jetzt hierüber dann hier runter das ist meiner oder ein bisschen auf mein essen gerade aufpassen also auf mein meine herzen wieso gehe ich hoch ja bei jump down heißt jump down also runter nicht jump jump high komm hopp und ich bin zweiter im moment nein der ist wieder ganz unten alter lasse was bist du für ein schneller typ doch okay wir nehmen wir nehmen wir nehmen rainbows ja gut nehmen wir mal rainbow alles wo ist jetzt ich gar nichts mehr ich hoffe ach das ist auch gott rainbow hilfe da ist lasse da ist lasse alter hat den speed drauf alter hat den speed drauf ach du scheiße wie schnell ist der gerade untergejumpt also das essen zwischendurch er macht einfach bandam band am zudem hier dann zu gehen ich bin lab fies außerdem immer gerade erst nicht lasse ich bin dritter auch recht in ordnung für sie Äh, das war so knapp. Ähm, hier lang? Dann, äh, da, das war knapp. Alter, Lasse, was bist du für ein richtig... Was soll das? Lasse, wie, 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 Alter. Er schreibt Hacker. Ja, nicht zuvor beurteilen, ne? Also, es kann sein, naja, ich weiß es nicht. Ähm, aber, Alter, kann ich jetzt mal in die Runde hier rein? Vielen Dank. Ähm, na gut, das geht auch so halt in 10 Sekunden weiter. Dann brauche ich keinen Schnitt machen. Äh, wo Schlangen, äh, super mal. Ach, wie gesagt, lohnt sich eh nicht mehr was zu bauen, weil reißen können wir jetzt eh nichts mehr. Das heißt, es geht jetzt wieder los mit Schlangen. Okay, ähm. Ach, Schlangen ist... Wow, Schlangen finde ich irgendwie etwas scheiße, vor allen Dingen, wenn ich es nicht kann. Acht, ja, Rettentod, ja. Ähm. Ich glaube, ich puste etwas ins Mikrofon, weil ich den Popschutz zu weit unten habe. Tschüss. Wie das einfach aussah. Alter, Buck, Buck. Das gibt's nicht, Buck. Och, Mann, Buck. Fuck. Alter. Das gibt es nicht. Vielleicht nach hinten hin. Ist das schlauer, nach hinten hin abzuhauen. Ist wieder einer so... Lasse F ist wieder dabei. Nein, Lasse ist wieder dabei. Ja, tot. Ist aber schon bei 80 Blöcken. Das könnte man diesmal reißen. Das ist diesmal nicht so schnell. Also, wenn man weiter unten wäre als ich. Ich bin jetzt hier drittletzter. Aber... Trotzdem, Oda ist sowieso... Hä, wieso? Was geht mit dem Block ab? Was geht mit dir ab, Locki? Oh Gott. Blocki. Hä? Zwei Power Up? Was habe ich jetzt bekommen? Was ist das da? Schneeball? Ist das ein... Nein. Ist es nicht. Es könnte sein, dass... Ich dachte gerade, das wäre eine Enderperle. Also so ähnlich. Nur halt... Wahrscheinlich so wie bei Gommen in den Switcher. Ja, Lasse. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Aber gut. Ähm, jetzt kommt die nächste Map. Und zwar nehmen wir Baum. Baum. Wie den Baum. Ach, Schlangen. Nein, nicht wieder Schlangen. Nein. Nein, nein. Super Mario. Wie viel... Nein, ich kann nicht mehr Worten. Super Mario. Baum hat gewonnen. Ja. Oh Gott. Ich hätte keinen Bock wieder. Was geht hier ab? Nicht nochmal Schlangen. Das ist... Das war knapp. Oh, ein Herz, ein Herz, ein Herz. Ich bin Zweiter nur. Ach, schade. Auf 68 Blöten ist Nico schon... Okay, das ist jetzt wirklich mal ein... Harter Boy. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der wirklich so schnell runtergekommen ist. Obwohl, der ist auf 70. Das passt. Was geht mit dem ab? Was geht hier ab? Ich höre nur... Lacken. Zwei runtergefallen. Sehr gut. Dann ist das meiner. Ein 23, 33, der 3. Nein, nein. Das war zu weit. Oh, halbes Herz. Halbes Herz. Zweiter. Zweiter mit 71 Blöcken. In der Nähe ist keiner. Ne, oh Gott. Man kann sich auch gar nicht mehr durchfinden, wie das hier aussieht, Alter. Ähm... Hau ab, Junge. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Junge. Junge. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Oh Gott. Ich hatte nämlich keine Lust, dass... Ich habe nicht gesprungen. Ich bin nicht gesprungen. Was für ein Idiot bin ich eigentlich? Ja, Mann. Was sollte das? Wieso springe ich denn da nicht? Ich bin so richtig hammergut und springe dann nicht bei so einer Scheiße. Mann. Ich bin unten. Oh, das... Was war das? Leck, alles klar. Oh, Mann. Was soll das jetzt? Oh, das war knapp. Ähm... Da hin. So. Nochmal, nochmal, nochmal. Meins. Und, äh... Ähm, ähm... Wo kann ich mit meinem Leben hin? Ich hoffe mal hier hin. Oh, das war wieder ganz knapp. Gut, und jetzt sprinte ich nicht, um da hinzukommen. Alter. Das wird ja immer besser. Alter, wieso laufe ich hier denn immer runter? Oh, ich hab... Hä? Was war das denn gerade? Okay, der hat ja jetzt eh gewonnen. Sechs Blöcke noch. Genau. Mal nicht lasse. Ähm... Da bist du, mein Freund. Wir voten mal für... Für Eis. Eis hört sich witzig an. Ähm... Wir können auch einmal kurz... ...nen Shader reinhauen. Wenn's geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ob mal das jetzt... Wie das jetzt aussieht hier. Sieht es etwas... Was war das jetzt gerade dein Ernst, Junge? Junge, 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 ey. Tot. Ja. Ja. Alter, nur wegen... Du kannst ihn da nicht runterschlagen, du. Wecken gleich wieder... Ja, guck, Nigo ist wieder auf 68 Blöcken da. Wahrscheinlich startet er auf 68 Blöck. Ähm... Weil immer, wenn ich gucke, hat 68 Blöcke ja immer noch... Ich bleib da stehen und wartet. Ich hab volle Herzen. Das heißt, ich müsste es... Schaffen. Hier. Runter. Zukommen, das war sauknapp. Wieso spring ich da? Hau ab, Junge, hau ab. Ich will nicht... Okay. Wir sind Freunde, wir sind Freunde. Alles klar, wir sind Freunde. Freunde? Okay, ist eh runtergefallen. Wo bin ich? Wo bin ich? Nein, ich war... Ich war... Ich war auch... Nein, das... Das gibt es nicht, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Tschüss. Holzmaul jetzt. Lass mich in Ruhe. Alter. Ich hab dich gerade rausgehauen. Du bist nicht mehr mein Freund. Okay, das war auch wieder beschissen. Nico, ja. Was? 67? Achso, das ganze Game-Gewinner jetzt. Ähm... Okay. Gut, ne? Dann, äh... Sag ich so, war es das jetzt für diese Runde von Jumpdown. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und schreibt einen Kommentar. Und bis zur nächsten Folge von Jumpdown. Und achso, apropos, fällt mir gerade noch ein hier. Ich hab nur ein Skin. Fällt mir gerade noch zum Enderer hinein. Der ist vom netten Alex. Ist eine Schulkamerade. Und, ähm... Und, ähm... Ja, das wollte ich nur sagen. Das heißt dann, ähm... Äh, äh, ähm... So. Bis zur nächsten Folge und, äh... Ciao, ciao. Was? Achso, das ist Lasse 11. Okay, ich dachte gerade, das ist halt Layser. Okay. Äh, ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Sag weitergerade. Elche 200, Eg. Närseine 40, Barack. Bisbalück von Sation. Bisbald gonna nighta.